und weiter geht's er hätte ich habe nur eine Pistole Lenz, Lenz, Lenz wie viele Waffen hast du noch? und wo bist du? hier hast du eine zweite äh, schon bin ich das? was ist denn das hier, das Hühnchen des Krieges oder wieso ist das überall in jedem Gefecht dabei? da ist schon wieder das Hühnchen siehst du es auch? ja, hier läuft schon wieder so ein Huhn rum das ist das Hühnchen des Krieges auf ja 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 Die Nase warnt nun! Na los, da draußen warten immer noch Überlebende! Bewegung! Alle hopp! Und weiter geht's! 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 Licht eigentlich daran, weil ich die so richtig nur Negengesser vorgefunden habe. Die arme alte Dame sieht nicht gut aus. Zeit, wir haben sie gefunden! Spuck's aus, Baby! Dom! Ist der okay? Komm schon, Santiago. Atme! Verdammt! Oh Gott! Jetzt schon. Anja! Jace! Meldet euch! Over! Na los, verdammt! Antwortet! Marcus! Ich bin mit Jace beim Schiff. Brauche Hilfe mit Prescott, sonst schafft er es nicht. Ich hab Prescott verstanden. Sag mir, dass das an meiner alten Kopfwunder liegt. Prescott! Was, gibt's hier ein Echo oder so? Ja, Prescott ist zurück. Michelson ist tot und mein Vater lebt. Große Neuigkeiten. Anja, wir holen dich da raus. Hier kommen auch noch mehr Verwundete an Land, Marcus. Wir brauchen jemanden, der bei den Rettungsbooten hilft. Sie landen direkt nördlich vom Schiff. Ganz genau. Sam und Carmine sind unterwegs. Oh, Fies. Diese Scheißer können sich einbuddeln. Ich bin mit dem Anselfmust. Oh, Fies. Ich hab' einen mit dem Angriff. Ich hab' einen mit dem Angriff. Ich hab' einen mit dem Angriff. Und auch mehr Verwundet. Ich hab' einen mit dem Angriff. Ich hab' einen mit dem Angriff. Was hat ein Wunder geholfen? Was macht's besser? Räge im Anflug! Wiederbeleben! Räge im Anflug! Weiter weg! Verlänger! Nächster! Verlänger! Verlänger! Prima! Wiederbeleben! Räge im Anflug! Räge im Anflug! Wenn nötige... ...Hilfe! Stark! Räge im Anflug! Räge im Anflug! Das war's für heute. Sie haben sie in Katapulten verwandelt. Sie sind echt pervers. Reaktion alle. Sie sind nicht so schlimm. Okay, einer weg, aber da draußen sind noch zwei. Schalten wir sie aus, bevor sie den Rest des Schiffs zerstören. Riemer. Verdammt, er tut an den Astralen! Wie kriegen die Glühfischer, die sich kranken Takschen? Ruhm! 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 Das war's! Bewegung! Also soviel zu unserem Schiff! Los, zeig's mir! Danke! Ein bisschen... Hilfe! Oh... Mann, der Junge hat nicht drehen! Hey, hey! Die Kavalerie ist endlich da! Stark! Hier sind noch mehr! Wir gehen runter! Wir gehen runter. Oh, Gott sei Dank. Hat jemand einen Klemmverband? Hab keinen. Dom, hilf mir mal. Drück hier drauf. Erwarte kein längeres Gespräch. Ein Lungenflügel ist kollabiert. Sein Brustraum läuft langsam voll. Können Sie mich hören? Ich höre Sie, Sergeant. Was ist mit dem versprochenen Gespräch? Wo ist mein verdammter Vater? Die Desk. Azura. Sollte ich wissen, was das ist? Nein. Eine Forschungseinrichtung. Er hat dort gearbeitet. Königin Myra. Hat sie vor Tagen eingenommen. Verdammt! Wo ist Azura? Marcus. Ruhigblut. Verschlüsselt. Der alte Hund. Er wäre... wütend. Er ist... tot. Vielleicht steckt noch was anderes in der Nachricht deines Vaters. Wir müssen einen Datenleser finden. Von wem hat er gesprochen? Hoffman. Der Hund ist Hoffman. Spuck es aus. Pass auf, Hoffman hat die Diskette, die er Prescott damals auf Vectis gestohlen hat. All die Monate habe ich versucht, die Verschlüsselung für ihn zu knacken. Wir haben immer noch keinen Schimmer, was drauf war. Tja, sind bestimmt die Daten über Azura und das schaltet es frei. Wir müssen die Diskette zu Hoffman bringen und knacken. Aber erst beim Ambos-Tor. Das ist eine verdammt weite Reise, Marcus. Ich unterbreche euch nur ungern, aber wir kriegen Besuch. Das ist eine verdammt weite Reise, Marcus. Das ist eine verdammt weite Reise. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Oh, Fancy! Auf die Knie! Das war's für heute. 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 Okay, wir gehen raus. Prescott! Verflucht! Tja. Und was nun? Jetzt gehen wir zu Hoffman. Sam, du kommst vor Bambustor. Was ist der schnellste Weg? Wer durchs Ödland? Das wird hart. Aber ich kann euch hinbringen. Beschreib uns einfach den Weg, Sam. Du und Anja bleibt hier mit Karma und Jace, um die Bergung zu überwachen. Marcus, wir kommen nach, wenn die Lage unter Kontrolle ist. Okay? Okay. Viel Glück. Na los. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir sollten gehen. Und jetzt gehen wir. Wir haben noch einen weiten Weg. Sieht aus wie der, den wir abgeschossen haben. Hat wer eine Pumpe und etwas Klebeband? Ich hasse diese Chomper. Nichts ist vor diesen kleinen Scheißern sicher. Ja, wie kann man bloß dauernd überall nach Kram suchen. Hey, ich setze freie Ressourcen intelligent ein. Nur deshalb sind wir noch am Leben und können uns hier streiten. Na los, die Locust haben bestimmt noch mehr von diesen Kähnen. Da kommt unser Taxi. Ihm nach! Wenn wir den Kahn gekapert haben... So, hier kommt ein Cut. ... ... ... ... Vielen Dank.